Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Report-Einsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Am Donnerstagnachmittag, den 23. Juli 2020, ereignete sich auf der Landesstraße 152 zwischen Hoogschür und Rickenbach ein schwerer Motorradunfall. Eine allein beteiligte 19-jährige Motorradfahrerin kam während eines Überholvorgangs von der Straße ab und verunglückte dabei schwer. Der Nachrichtenbeitrag folgt. Rickenbach. Eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Donnerstag, den 23. Juli 2020, auf der Landesstraße 152 bei Rickenbach schwer gestürzt. Die Frau war nach Mitteilung der Polizei gegen 16.50 Uhr bei einem Überholvergang in einer Kurve von der Straße abgekommen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem in der Schweiz stationierten Rettungshubschrauber der Alpin Air Ambulanz AG in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden an der Kawasaki der Frau liegt laut Polizei bei rund 1.000 Euro. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lorach, Freiburg, Preiskau-Hoch-Schwarzwald und Emding, aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und aus der Umgebung um Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und Tschüss! Danke, dass du dabei seid und weg bin ich! Danke, dass du dabei seid und weg bist!